mein lieben freunde willkommen auf dem kanal des überlegten auch wieder dabei wenn das gefällt lasst gerne abholen like und kommentar da keine video beschreibung finden links für das wichtige twitch youtube ja das würde ich erzählen ich bin mit zappeln dafür die auch unsere telegram und worte gruppen also angekündigt werden heute neue streams und so weiter oder ab also auch in wird kommen was oben wird ja aus gründlichen gründen vielleicht wenn ich krank bin auf jeden fall keine empfehlen da mal was zu abonnieren oder beizutreten ich bin nicht mehr verpasst ja die nächste letzte folge ja der nicht lief jedenfalls der killer der war ja aber lieb zu mir ja toll davon habe ich ja nichts gehabt die aufgabe erfüllt habe ich mir immer noch da naja darf ich was mit dem machen warte mal gucken ob ich das den clip habe den ich gemacht habe das sieht man auch oder was sieht das auch ja nee das sieht doch nicht nur ich weil ich den klug habe ich meine das kopfgeschüttelte ich weiß nicht welchen klips sie meinen da fand das mit der leib nicht reingedurft er war aber lieb gell zu mir naja geht so ne zu dir schon zu mir ja eben das sieht man sich hochgeladen ach das sieht man auch aber wir machen das noch bereit stimmt's 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 ja Mensch Mensch ich hab mal neuesten video dokumental das kann ich nicht sagen dicci talk disicode baby chicken zack und zack und zack eins und zwei und drei und vier lalalalalalala äh kennst du das das Lied äh nee mit eins und zwei und drei und vieren mhm 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 ach, fickt euch na komm, sag ui weißt du nicht, ob es... doch, kann ich anmachen ich mach's mal für dich an ach, nichts na, lass die mal überraschen ein schönes Lied muss ich unbedingt sein ich weiß nicht, wie YouTube das findet ich meinte Twitch nee, YouTube wie kommst du auf YouTube? ach so ja gut, ich hab nicht du bist ja lustig wie soll man sich denn dann hören? das war gut was? das war gut los, wann kommt die Stelle mit 1, 2 und 3 und 4 los, mach, Eier hörst du was? nö nö das ist auch egal f*** dich tja, am Samstag ist ja auch eine schöne bock warum Samstag? wenn ich nicht da bin dann musst du mal so schreien ja du hast doch Tomaten aufmohren Tomaten nö mit nur halbe Sätze bilden kann ich ja nichts verstehen was das soll, was ich meine da hätte man doch denken können, was ich meine hier wegen Samstag nö mit dir? meine Aufgabe ist es jetzt, um Leute zu retten mal wieder so ein Killer kann ich nur nicht sehen hallo, guck mal zu rechts hu hu soll ich noch nicht sehen lass mal tauschen warum? kann du gut blend mit Kühler na hier auf eben du Burne drück mal Eier geh mal weiter weg was bringt mir der Koffer? na hier für besser na komm mach nimm auch bitte kann ich nicht durchwechseln eigentlich das sind mehrere Symbole werden angezeigt nur hier aufheben ja ist auch richtig nur einmal einsammeln das ist nö die Koffer Set ach so das könnte ich alles inklusive ja nimm die ganzen Slots mit warte alter was ist das für ein väter Mensch Achtung 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 von den Baby guck mal Koffer einsetzen warte guck her lass tauschen ja komm wieder ja lass tauschen mann will ich mal entscheiden? ja wenn der Klo lieb ist noch stimmt's? stimmt's? na komm mach na komm hoi 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 genutzt tritt ganz aber hierbleiben wir sind gleich fertig damit ja das habe ich gesagt man immer wirst du mal gesetzt ich suche kurz das eine auge musste roh zurücksetzen klatsch weil er schreckt er weil er an die Scheibe geflogen ist er ich bin da vorbeigelaufen wo läufst du hin hier will sich doch nähe mit dem Leben biegen sie recht ab nee zu weit genau ja man macht nur ein bisschen puff aber nur ein bisschen schäbig guckt wollen wir knutschen und das wäre der letzte generator man ist unfähig oder was das wird der letzte dann wenn der fertig ist da einer von denen das wird der letzte dann wenn der fertig ist da einer von denen die Uhhh. Auf meine Fresse. Warte. ich bin vierer machen die kamen ja bock mit keiner es wird mir angezeigt überleing es sammelt ich bin das jetzt bei hau doch ab gehe ich aus dem weg meine fesse das muss ich einsammeln aber das sehe ich da muss ja auch hin ja was bringt was jetzt für mich bringt das war es dann das ist ein zu sammeln keine ahnung bei juli ich habe eine andere aufgabe dann raus und ja ein ach zwei von zwei gut ich komme zurück baby wollen wir kuscheln kuschel ii da ist verseucht habschossen erfüllt muss das ding nur einsammeln liebes mutter habe ich aber jetzt eingeschaltet ui liebes mutter ja oder nicht hat möchtest auch ein küsschen haben küsschen ja wenn wir werden eine jahr fünfmal über eine palette oder ein fenster und kommen wir zwei jagen mit zwei grünen glümpfen das habe ich gemacht gerade und ich nehme die ist nicht empfehlenswert wenn ich zusammen das ist die man nach links oder was das ist ja verzögert ja genau acht mauer das ist für dich einfach den ganz unten rechts wo totenkopf ist na es ist aber als dings ja ja das ist als keller ja 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 da dann mach mal den grünen glümpfen oder wie das ding heißt ja mit zwei grünen glühen ja dann nimmt die beides was beide seiten oh jo v 巧 w w w w w Gork. Essen. Die ist so draußen ausgepackt. Ööö. Hier. Ich warte, lass zusammen bereit drücken. Drei. Zwei. Die Taschenlamme mitnehmen. Nee, brauchst eigentlich keine mitzunehmen. Nee, doch nimm mal. Nee, brauchst nicht. Ich nehm mit. Ja, warten jetzt. Nein, ich nehm mit. Meine Fresse. Können wir? Drei. Zwei. Eins. Null. Groß. Sein Kapatt. Öööö. Die wollte aber nicht. Ja, du wolltest es aber nicht. Wieso? Ich dachte nur so. Nein, ich mein nicht dich. Ich meinte hier die Gurke. Wollte nicht. Was wollte sie nicht? Na rein in die Hose. Ach man. Du hast mich gefragt hier. Was wollte sie nicht? Was wollte sie nicht? Was ist das denn? Ach. Was ist das denn? Oh. Ach. was denn das wäre dann deine aufgabe gewesen was denn sollen das sein nach die paletten die die kaputten am er ja für den händen in dem flur ich bin es jetzt in der kirche ist ohne x m natürlich klar sondern man gegen die kette ausweichen ja wie denn nach hinten gucken und ausweichen Was ist halt noch der? Wollen wir Sex machen? Ui Sex Oh weh Find die Pärme wo auch vorn rein? Toll, jetzt regnet es auch noch! Wo? Das kannst du hier werden! Hier! Jawohl! Ich spiel? Natürlich! Willst du jetzt nicht sehen, dass es regnet? Nee, ich bin ja am Flut drin! Ah, sieht aus gruseliger aus! Sie hängen über Käfig in die Luft! Am Haken! Kann ich nicht eins haben mit diesen Grünen, diese Grünen? Ah, die werden auch noch nicht angezeigt! Das ist ja kein Generator gemacht! Da bist du ein Generator gemacht! Schau, schau! Ich komme! Ich komme! Nein, nein, nein! Ach, Alter! Und du kannst dich nicht mit der Depp! Ach nein, der Killer kommt. Wohin? Oh, da hat der Killer dich gesehen. Weiß ich nicht. Nee, ich hab ihn nicht mehr. Nee, ich hab ihn nicht mehr gesehen. Brauch helfer. Bin drin. Ui. Er sieht mich nicht. Warum heilt er dich nicht? Ich hab den Job gebrochen. Da hängt schon wieder einer. Da kommt schon wieder. Hör mich in Musik. Au, war ja klar. Man, nur du wieder. Da hab ich mich losgelassen. Ja, das ist knapp. Ja. Guck, guck. Ja. Hat er sich? Ja, eigentlich nicht komplett. Leider war. Hilfe! Was ist denn? Oh, Gott. War aber Glück, dass der da war, ne? Au! Ich muss ihn gleich blockieren. Na, ich lasse mich wieder nehmen. Was? Die Klummann mögen dich. Hast du auch das Gefühl, dass die Klummann dich gemacht hat? Nein, 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 nein. Warum hör ich ihn? Was? Gibt es hier ein In-Game-Voice? Ach nein, ich will sie doppelt. Ich war drauf mal nicht. Ich bin tot. Ich bin tot. Ein Herz. Die Ding immer noch in der Ecke. Oder schon wieder. Na, immer noch. Da, wo er dich gekillt hatte. Hab dich doch geholt. Nee, aber nicht komplett. Soll ich auch? Ja, ich kann ja hier holen. Die Mitspieler fragen. Nein. Nein, 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 nein. Aus. Fick mich. Was? Darf ich? Warum? Ich fick mich. Dachtest du, du hast keine Erfahrung? Nö, habe ich auch nicht. Aber? Und? Gibt es nicht. Bei ihnen gibt es immer doch ein Aber. Was? 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 Lass zurück zur Lobby. Baby. Ui. Zurück zur Lobby. Ja. Meine Fresse. Man direkt antworten muss immer. Ja. Ja. Denkst du, es gibt Tio. Wünsch dir was? Noch? Kuckuck, was? Fick mich. Muck gerne, okay? Bei ficken sagst du nicht nein? Nein. Okay, nicht zu sehr. Nur sich mit 20 Minuten auf dem Timer steht. Ja. 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 Mit 28 Minuten. Ja. Ich hab ein bisschen Fische wieder. Na, denkst du? Na, denkst du? Mit einer Runde. Ja. Denk schon. Sag dir. Dann sag dir nicht. Stell Cut. Meine lieben Freunde, würde ich sagen, sag ich danke fürs dabei sein. Abonnieren, liken, kommentieren nicht vergessen. Dadurch gerne Videobeschreibung über den Link. Findet ihr alles mit Discord. TikTok. Müsst du gerne beim Spiele gehen wir vorbei. Guten Tag. Was bin ich? Na, ich mein nicht dich wegen Kuguvack. Ja. Und sonst. Ich bin ja dann nächstes Mal dabei. In der nächsten Folge. Bis dahin. Euer Simulation Machina 15. Bis dahin. Bye-bye. Und ade. Tschüss. 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 Wann sie nicht sagen dazu? Nö. Tschüss. Ah.